Was geht Leute? Mein Name lautet Danny P-P-P-Bönisch Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Und ich glaube mein Mikrofon ist ein bisschen zu nah Ja, so ist es okay Willkommen zu einem neuen Video Und die Exo-Zombies in Call of Duty Advanced Warfare sind rausgekommen Und ich bin mir sicher, viele von uns sind große Zombie-Fans Ich persönlich habe Zombies in Black Ops 2 gemocht Ich habe sie nicht geliebt oder so, ich habe sie nicht so oft gezockt Ich wünschte, ich hätte es mehr getan Ich wünschte es wirklich Aber es kam leider nie dazu Vielleicht kommen noch ein paar Videos dazu Aber jetzt nutze ich die Gelegenheit Und wir spielen Exo-Zombies in Call of Duty Advanced Warfare Also es ist komplett neu Es ist das neue DLC Keine Ahnung wie es jetzt heißt, ich bin mir nicht ganz sicher Aber es sind auch vier neue Maps dazu gekommen Vier neue Online-Maps Und es ist eine lange Zeit her, da ich das Spiel gespielt habe Und natürlich bekommt die Xbox One das DLC zuerst Und ich glaube in einem Monat ungefähr kommt das PS4-DLC raus Ich bin mir nicht sicher Aber ja, ich denke es gibt nichts mehr zu sagen Ich werde am Anfang ziemlich reinkacken Und ich werde es dann nochmal spielen in einem neuten Video Und mehr auf die Tipps eingeben, die ihr mir in die Kommentare schreibt Weil ich bin mir sicher, viele von euch sind wesentlich besser als ich Viel, viel besser Deswegen lasst uns loslegen Ich bin sehr gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt Äh, ich will alleine nicht spielen sogar Ich will, ja, ich will alleine nicht spielen Okay, ich werde alleine zocken im lokalen Spiel Also ganz alleine Äh, ohne jemanden Ohne irgendwelche Online-Leute Weil ich habe jetzt keine Lust, dass irgendeiner dann die Lobby verlässt oder so Deswegen, ähm Ich bin gespannt, wie es ist Ich bin wirklich sehr gespannt Ich weiß nicht, was sind eure ersten Erfahrungen Weil ich weiß es nicht Ich weiß nur, dass Zombies sehr, sehr viele Fans hat Das war auch einer der Gesunde, wieso Black Ops so gut verkauft wurde Und wieso überhaupt World at War verkauft wurde World at War an sich, der Multiplayer Ich glaube, der wurde schon gespielt Aber gar nicht so oft Der Zombie-Modus wurde oft gespielt Und heute immer noch Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt Oh, sie sind da Scheiße, sie kommen Ich finde es episch, wie die immer reden Das ist so nice Oh mein Gott, wo bin ich hier? What the fuck Okay, ich habe eine Pistole Was soll ich zuerst tun? Ich gucke mich Ich habe hier eine Waffe MK14, soll ich die nehmen? Wo steht mein Geld? Und links, glaube ich Ich habe, war das eine gute Entscheidung War das eine gute Entscheidung Ich habe nochmal eine Pistole, ja Okay, unten links sind meine Punkte Oh, what the fuck Ich werde mit der Pistole schießen Eins, zwei, drei Wie kann ich messern? Kann ich Okay, nice Okay, dreimal schießen Einmal messern Nice, 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 nice Ein, zwei, drei Boah, das funktioniert richtig gut Im lokalen Game ist das Ganze immer am besten Weil es Null, null, null laggt Ich hoffe, die können nicht von hinten kommen oder so Also was ich weiß Je öfter man Oh mein Gott, verdammt Oh Man kann ziemlich schnell sterben Ich will nicht so schnell sterben Komm schon, Bitch Nice Oh mein Gott, das ist angespannt Ich bin nicht so gut in Zombies Je öfter ich spiele, desto besser wird man Ich sehe mich mal hier oben Vielleicht soll ich ein Zombie am Leben lassen Habe ich jetzt gar nicht getan, ne? Ähm, okay Oh, okay Runde 2 Ich werde nach Runde 2 jemanden im Leben lassen Und mich mal ein bisschen umsehen Wo ich lang kann und sowas Hier kann ich lang Zentralbereich Oh mein Gott What the fuck Ich will nicht sterben Oh mein Gott Ich, ich Ich hab falsch gemessert Ich versuch mal mit dem Mit einem Rape Train Ein paar Gegenzombies zu killen Oh mein Gott von hinten Ich kann nicht so lange überlegen Ich glaub mehr als 2 Schläge kann ich nicht überleben Das ist sehr, sehr angespannt Ich versuch jetzt auch nicht zu messern Äh, lass mich Einen Moment Bleib, bleib, bleib ich stehen, oder? Ne, okay Sorry, ich kann jetzt Ich will jetzt grad nicht irgendwie ins Menü gehen Weil es bleibt Das Spiel bleibt nicht stehen Kann sogar Headshots geben Aber ich glaube, wenn ich Headshots gebe Headshots gebe So Dann, äh Kriege ich nicht so viele Punkte Nice Oh, der Oh, der Nein Das war der einzige Überlebende Ich werde jetzt hier mal was öffnen Was ist das? Für Credits Episch Ich hab keine Ahnung, was es soll Okay, ich würde sagen Ich laden nach Wir sind in dem neuen Bereich What the fuck Ist das? Was ist das hier? Exo-Anzug erforderlich Erfordert Strom Wir müssen den Strom einschalten Das weiß ich auch noch Dass sowas Hier mal der Fall war Oh, ich werde Die Waffe erstmal nicht wechseln Weil es nur eine Geldverschwendung ist Verdammt Hey, Buddy Lade nach Rauche Deckung Oh mein Gott Ich glaub Später kommen wahrscheinlich Exo-Zombies auch noch Ich werde nämlich mal hier Oh, verdammt Oh, ich will nicht sterben Ich will wirklich nicht sterben Ich werde aber auch zuhundertprozent einen am Leben lassen Ich darf es nicht vergessen Ich darf es wirklich nicht vergessen Kommen die auch von hinten? Ich bin mir nicht sicher Jesus, wie angespannt Das ist, oh mein Gott Ich weiß leider nicht, wo die spawnen und sowas Deswegen Aber die sterben ziemlich gut Und die Hitboxen sind bestens Also das ist eine der guten Sachen in der Advanced War Für die Hitboxen Okay, okay, nice Stirbt ihr Bitches Jesus Ich hoffe es kommt gut bei euch an Ich hoffe es wirklich Weil wenn es gut ankommt Kann ich gerne mehr machen Nice, 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 nice Oh mein Gott, nice Ich bin erst in der dritten Runde Das ist der erste Anfang, Leute Es wird noch richtig schlimm Okay, was ist das da? Was ist das? Ich liebe es Ähm Ah, okay Ja, ja, logisch Ich weiß Ein Schuss tot, glaube ich Ja, ja, genau Wie hieß es nochmal in Black Ops 2? Ich weiß gar nicht mal, wie es genau in Black Ops 2 hieß Ist das der einzige, der lebt? Da ist Da sind Da sind zwei Ich werde ihn töten Und ihn werde ich am Leben lassen Und mich erstmal hier ein bisschen umsehen Okay, was haben wir hier? Äh, ach Hier kann man den Strom aktivieren Ähm Dadurch bekomme ich dann einen Exo-Anzug Glaube ich Und diesen Exo-Anzug kann ich Äh, genau Erfordert Strom Aber ich brauche dann Strom Und einen Exo-Anzug, glaube ich Oder bekomme ich dort den Exo-Anzug Was ist, haben wir hier? Keine Ahnung, was das ist Gar nichts, glaube ich Kann ich hier lang? Zellentrakts Äh, ich gehe erstmal nicht lang 3D-Drucker Fehlfunktion Keine Sorge, Barry Wie wollen wir ihn denn? Er braucht einen Namen Er braucht auf jeden Fall einen Namen Ähm Es wird langsam Okay, wir werden erstmal den Strom anmachen Ich weiß nicht, ob er wieder ausgeht Irgendwie automatisch Können wir ja hier Können wir nicht lang, okay Nice Das sieht episch aus Das sieht wirklich krass aus Ohne Scheiß Okay Das süchtig Das, was wirklich süchtig an Zombies macht Ist, dass man Ähm Dass man diese Runden überleben will Das will jeder eigentlich Ich habe das Ganze auch übrigens um Oh mein Gott Wir müssen den Strom wieder einschalten Ich sollte nicht scherzen Ja, verdammt Okay, ich würde sagen Wollen wir Viel Geld habe ich 2000, okay Ich glaube, wir werden ein bisschen Platz schaffen Obwohl, wisst ihr was Ich werde nochmal diese Gegend eröffnen Bevor ich ihn töte Übrigens, wir haben auch Granaten und sowas Oh mein Gott Das ist so viel für den Anfang Ach so Das war nicht nur der Strom Wo kann ich Exo-Anzüge bekommen? Ist das da beim Anfang? Oh mein Gott Das ist übrigens die Atlas Corporation In der wir uns befinden Okay Exo-Anzug erforderlich What the fuck Wo bin ich hier? Okay, wir sind Okay, ich weiß jetzt wo ich bin Wir sind wieder an der selben Stelle Hey buddy Ich nenne ihn Zombie Zorro Ich nenne ihn Zorro Ja, Zorro ist ein guter Name Stimmt die mir alle zu? Keine Sorge Zorro Ich bin bald auf dem Weg Einen Moment Du wirst gleich sterben Es muss scheiße sein Zombie zu sein Und die ganze Zeit Hunger zu haben Sie leiden ja Sie wollen ja quasi Fleisch essen Das ist komplett eklig Keine Sorge Zorro Ich bin gleich da Hm Tag Ne, das nehme ich nicht Okay Ich werde dafür Dass wir erstmal den Strom einschalten Sorry Wenn ich ihn jetzt nicht kille Und es ein bisschen langweilig wird Aber ich will wirklich Hier alles erkunden Und wissen Um was es überhaupt geht Ist der Strom an? Da ist so ein Fahrt Ach, wir haben wieder Sturm Das ist nice Ein Moment Zorro Bitte gedulde dich Ich brauche erst den Anzug Um ihn zu verbessern Ich konnte nicht den Anzug finden Der extra Anzug für einige Leute Die es nicht wissen Ob ich weiß Das war eine schlechte Idee Die Tür zu öffnen Kann das sein Ah Ich weiß gar nicht Wie viele Schläge ich sterbe Wo ist Zorro? Zorro? Wo ist er? Zorro? Ist irgendwas Äh Habe ich Die vierte Runde gestartet Aus Versehen? Ja, kann sein, oder? Ja, habe ich Ja, super Jesus Das ist so intensiv Ich glaube ich Ich habe das Gefühl Ich werde nicht überleben Weil ich weiß auch gar nicht Von wo die herkommen Und sowas Oh, Jesus Das ist so intensiv Und so gruselig Vor allem Ich finde es wirklich Luselig Hey, buddy Was ist das? Oh, verdammt Oh, was ist das? Nice Äh, Angriffstrone Oh, nice Atlas ist ja eigentlich Schlecht und dumm Und das sind Spasten Keiner mag Atlas Nice Wir haben eine Waffe Kann ich nicht Ich werde mal eine Granate Oh, verdammt Das sieht sehr schlecht aus Für mich Oh, mein Gott Intensiv Ich will nicht sterben Kann ich hier auch lang Oh, nice Ich bin Exo Nice, jetzt bin ich Exo Ich glaube das bedeutet Wir können Exo Wir können uns an dieses Ding Darstellen Die war viel stark Übrigens Was ist das? Den A-Bomb What the fuck Ich glaube das tötet Ich glaube das tötet Sofort alle Und das beendet Die Runde sofort Glaub ich Bitte sag mir Einer lebt noch Ich habe das Gefühl Ich habe alle getötet Das wollte ich gar nicht Was? Ich habe keinen Exo-Anzug Was? Zwinge? Die Wachhunde? Die Wachhunde? Wie jetzt? Oh nein Oh mein Gott Oh mein Gott Wieso muss ich jetzt gegen Hunde kämpfen? Oh mein Gott What the fuck What the fuck Ich sterbe gleich An die dämlichen Hunde Ich fickt euch, Alter Ich habe eine DNA-Bomb gezündet Ihr Oh mein Gott Das ist eine DNA-Bomb Ich dachte eine DNA-Bomb würde größer aussehen Da habe ich mich verlesen Munition Habe ich jetzt voller Panik aktiviert Okay Was können wir noch machen? Ich weiß nicht Ich muss überlegen Wir müssen einen Exo-Anzug finden Auf jeden Fall Übrigens Hier kann keiner spawnen, oder? Oh, 100 Credits Keine Ahnung Oh mein Gott Jetzt könnte ich sogar fliegen, glaube ich Wie lange ist dieses Ding dort jetzt? Das ist ein guter Ort hier Oh mein Gott Ach du Scheiße Wir sind doch missgeboren, oder nicht, ey? Oh mein Ich sterbe, ich sterbe, ich sterbe Ich sterbe, ich werde sterben Ich werde zu 100% sterben Wieso haben diese Mistviecher Exo-Anzüge? Das macht sie viel, viel stärker, als sie jetzt schon sind Ich habe so Herzklopfen Oh mein Gott Ich will nicht sterben Nein Hört auf, mich zu schlagen Ich brauche sowas wie Juggernaut Ah, ich habe so einen schlechten Tringerfinger Einer hat mir mal Einer hat mir mal damals in die Kommentare geschrieben Weiß deine Freundin deinen Tringerfinger zu schätzen Aber ich habe keinen Tringerfinger Meine Tringerfinger sind richtig schlecht Habe ich sie gemordet? Ja, wir haben sie ermordet Ich wäre dafür, dass wir eine neue Verdammt, Runde 6 Ich brauche eine neue Waffe, Leute Ja, natürlich gibt es noch mehr von denen Was sagtest du denn? Denkst du, das wäre erster Anfang oder was? Ich nehme mal eine vollautomatische Nice Die ist nice Gibt es die? Gibt es die Multiplayer? Ich weiß gar nicht mehr Hey, buddy Ah, nee, ist es eine Okay, das ist nice Aber die ist schwach, glaube ich Die ist schwach sogar, glaube ich Das ist ein guter Oh mein Gott Das ist ein gestörter Einer der gestörten Davon gibt es nicht nur einen Davon gibt es mehrere Verdammt Ah, das sieht gar nicht gut aus Wow, ich weiß gar nicht, wie lange Wie lange hier zu überleben gut ist Ich werde dir erstmal Ich versuche dich zu Rapetrain Ich bin aber nicht gut Oh Gott Das ist so angespannt Oh oh Wir haben da irgendwas Was ist das? Den A-Bomb, episch Bitte aktivieren sie einfach Achso, okay Die sterben sofort Diese Waffe ist scheiße Diese Waffe ist schlecht Ich brauche eine neue Waffe Sieht nicht gut aus Für mich Sieht gar nicht gut aus Wo kann ich neue Waffe bekommen? Gibt es hier vielleicht Sowas wie eine Kiste oder so? Kann ich das Kann ich hier ran? Ah, okay Was passiert, wenn ich hier hochgehe? Ach hier Ja, ich weiß, wo ich bin Aber das ist ein scheiß Ort Ich mag den Ort gar nicht Ich mag den Ort gar nicht Ich gehe hier raus Oh, what the fuck Ich muss mehr Munition finden Die kommen von überall Das ist nicht normal Ohne Scheiß Vielleicht gibt es hier auch Sowas wie einen Zombie-Boss Hier oder sowas Ich habe so viel Geld Ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll Oh mein Gott Oh nein Nein, 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 nein Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht Oh mein Gott Nice Oh mein Gott Diese Animationen sehen so nice aus Ohne Scheiß Intensiv Ich werde einen am Leben lassen 100%ig einen am Leben lassen Ich werde Wenn ich am Leben überhaupt bleiben kann Dann werde ich einen am Leben lassen Oh, den habe ich nicht gesehen Oh mein Gott Hoffentlich ermordet ich ihn nicht irgendwie Der fällt viel aus What the fuck Jetzt wissen wir zumindest, wie die DNA-Bomb aussieht Nein, ich erlebe noch Der ist aber ziemlich schnell für ein Für eine Missgeburt Keine Sorge Es wird alles gut So eine Drohung kannst du später bekommen Jetzt will ich mich aber vernünftig umsehen Uh, das ist sehr, sehr intensiv Ich will auf jeden Fall überleben Solange wie es geht Okay, Exo-Anzug erforderlich Weißt du etwas über Untergeschoss 6? Ich weiß nicht, wo das sein soll Mit wem redet er? Ja, das wissen wir Halt deine Schnauze da oben Ich will mit dir nichts zu tun haben Du dämlicher Roboter Keine Ahnung, wer das ist? Ich weiß nicht, wer war? Wer ist sie? Was ist das? Oh, nice Oh, ein Stuhlfender Das wird helfen Kann ich hier lang? Ich kann hier nicht lang Was? Einen Moment mal, Zorro Ich brauche eine Weile Um mich nicht zurechtzufinden Meine Orientierung ist ziemlich schlecht Für einige, die es nicht wussten Also ich kann mich gar nicht orientieren Was ist das? Da kommt Wasser von oben Was ist das für eine Waffe? Oh, Kontakt Nehm ich, klar Oh, hier war ich noch gar nicht Ich mag jetzt an Orte zu kommen Wo ich gar nicht war Ich kann euch sagen Zombies ist einfach so viel besser als online Hier bei Advanced Warfare Aber das ist oft so Sprengdrohne Naja, ist zu teuer gerade Ich weiß gar nicht, wo ich langgehe Wo bin ich hier? What the fuck? War ich hier schon? Oh, what the fuck? Hallo? Ich glaube, die wurden untersucht oder sowas Oh, hier, nice Credits Episch Gib mir Credits, Baby Ich weiß jetzt nicht genau, wozu die Credits sind 3D-Drucker Fehlfunktion Nämlicher Drucker Keiner mag dich Aktivieren des Stroms Gerne Oh mein Gott Exo-Anzug Danke Nice, wir haben Exo-Anzug Ein guter Kauf Das heißt jetzt Jetzt wo wir den Anzug haben Können wir normalerweise What the fuck? Habt ihr das gesehen? Ähm Wir können jetzt hier hoch Das ist episch, Leute Jetzt haben wir endlich den Anzug Jetzt können wir uns an dieses Ding stellen Oh Ach, wir sind wieder hier Oh mein Gott, what the fuck? Deine Drogen, Alter Hör auf, Drogen zu nehmen Hab ich mich erschreckt Wie komm ich hier so aus? Ich hab Oh Die Leichenhalle Das ist ein netter Ort Hier geht man doch sehr gerne hin Oh oh Das wird sehr, sehr gruselig Okay, wir werden erstmal kurz Wo bin ich? Ich will Ich glaube, ich werde ihn töten Das würde ich auch machen Okay, ich werde ihn töten Oh mein Gott Ich kann Er kann also nicht für immer leben Verdammt Wir haben Probleme 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 Wir haben ein großes Problem What the fuck? Oh mein Gott, der ist grün Nice, 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 nice Nice Oh verdammt Moment mal, Moment mal, Moment mal Ich hab das Oh nein, wiederbeleben Hey, ich kann mich wiederbeleben? Wie kann ich mich wiederbeleben? Ich muss öfter schießen, glaub ich Dass du dir öfter schießt, desto besser ist Ich hab mir keine Munition mehr Ich hasse diese Waffe Die ist doch nicht so gut, wie ich dachte Nice Na, welche Level? 9 sind wir gerade Keine Ahnung, ob das gut ist Ich letzte mal eher nicht Ich letzte mal, dass ich für einige von euch Was vollkommen normal ist Wird neu gestartet Na danke, du Bastard, Alter Hast du dich, ey Nice Das sah eklig aus Ach, die kommt von hier Oh, wenn ich nicht tot bin, dann keine Ahnung Was machen die da? Die tanzen Hört auf zu tanzen Wieso geht mein Exoanzug? Die hat kaputt Das verstehe ich nicht Oh mein Gott, das ist intensiv Ich weiß gar nicht, wie ich überlebe Ich versuche Normalerweise mehr so zu Diesen Train da zu machen Hier To rape Train What the fuck Der ist gestört, Alter Aber ich liebe es, wie die kaputt gehen Das sieht übel heftig aus Wenn ich bis die Runde 10 schaffe, bin ich schon foe Runde 9 ist ein bisschen lame Was war eure erste Runde, bis du da gekommen seid? Nice Munition Ah, von der Munition ist weg Die tippen mich gar nicht What the fuck Damit ich mich so einschätzen kann Wie gut ich bin Nice Das glaube ich dort Nice Jetzt werden die alle Das ist nice Die sterben alle mit einem Schlag Vielleicht hätte ich den letzten nicht töten sollen Aber ist mir jetzt egal Um ganz ehrlich zu sein Wir werden irgendwo anders hingehen müssen Dieser Ort ist reiner Selbstmord Hier werde ich nicht überleben Kann ich hier rein? Zentralbereich Nice Wir sind wieder draußen Ich mag die Gegend Uh Was ist das? Geschütz Wie kann ich das? Ach so kann ich das einsetzen Nehme ich sofort Das wird mir sehr helfen Er sieht aber so aus Oh verdammt Beim Mikrofon Sorry Bin ein bisschen angespannt Hört ihr mich noch? Hört man mich noch? Testtests Gezogen Verdammt Sie haben erstmal Da sieht Okay Das sieht sehr schlecht aus Freunde Ich könnte versuchen Sie Ich muss Ich muss Sie mehr Rape train Das ist gar nicht so schwer hier Wenn man diesen Exoanzug hat Ohne ihn Weil ich schon längst tot Aber ich versuche jetzt nicht pessimistisch Oder sowas zu werden Das ist sofort explodiert Oh Was? Die haben mich nicht getroffen Nice Ohne neue Waffe Vielen Dank Sorry Dass ich den nehmen muss Aber ich muss sie einfach nehmen Oh mein Gott Die sind alle so gestört What the fuck Oh mein Gott Leute ich muss sie Niederlage Oh mein Gott Ich bin gestorben Das war echt heftig Ich bin bis Ich habe 139 Abschüsse 17.640 Punkte Oh mein Gott Das war's Mehr habe ich nicht geschafft Ich habe nur das geschafft Ich schätze mal Das war nicht schlecht Aber es war jetzt auch nicht gut Oder so Aber ich habe euch jetzt gefallen Wenn das der Fall war Dann zeigt wie better es Du bist und like dieses Video Das ist mein Outro Übrigens von meinem Let's Play Kanal Und dort habe ich irgendwie Das ist mein neues Outro Deswegen nicht wundern Nur dass ich hier ein bisschen ruhiger bin Ich hoffe euch hat das ganze gefallen Ich habe Eigentlich Es ist schon wirklich lange her Als ich gespielt habe Und ich könnte mehr machen Wenn ihr wollt Ich hoffe es kommt noch weit zu Maps raus Aber erstmal finde ich gut Dass wir nur eine Map haben Das heißt wir können uns erstmal Auf eine Map fokussieren So dass wir Da mehr lernen können Aber vielen Dank für's zu euch schauen Wenn ihr mehr davon sehen wollt Wie gesagt Daumen hoch Schaut auf den Kanal vorbei Mehr Videos von mir zu sehen Die ich produziert habe Und abonniere jetzt Um unsere Nation weiter zu sehen Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen Und dann sage ich mir immer nur noch 3, 2, 1 Schaut Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört Um an der Veröffentlichung der Daten zu finden Und dann noch mal die Ich hoffe es geht um Und dann noch mal die Und dann noch mal die